Jo Leute, was geht und willkommen zurück zu einer Folge von Minecraft Dragon 2.5, die letzte Folge in Zeitende 1. Ihr seht schon am 11. August 18 Uhr live auf Twitch seit Aner 2 Start und hier kommt direkt Dienstag die erste Folge aus Zeitende 1. Eventuell ja auch ein Zusammenschnitt aus dem Stream, mag es sehen, mal sehen. Es wird um Drachen, Magie und Erkundung geben und in dieser Folge habe ich dort hinten was gebaut und wurde ein bisschen von Drachen attackiert, aber dazu später und jetzt viel Spaß mit der Folge. Ähm, Leute, ich glaube wir haben ein minimales Problem. Ähm, ich weiß nicht warum hier eine Rache ist, ich weiß nicht, dass das gestern hier in der Nähe war. Ähm, bei hinten war da noch ein anderer, ein roter Drache. Ähm, das ist ungünstig. Ähm, das ist wirklich sehr ungünstig. Ich hab' ich weg. Perfekt. So, ist da, ich nehme ein schwarzer, ist ein grauer. Ist da Grey Dragon. Jetzt aufhören. Sag mal. Ist so aggressiv. Ey. Na komm. Na ja, okay, tschüss. Du bleibst da hinten. Und ich darf jetzt endlich bauen. Ja, wirklich. Was ein Treuer, also wirklich. Dann werde ich einfach bei meinem Lernerportal von Drachen angegriffen. Was ne Frechheit. Das ist einfach so ne richtig schöne Session machen mit Bauen. Einmal, grad hätte ich angegriffen, das ist echt ne Frechheit. Ist aber auch sehr random. Einmal greift mich hier mit Drachen an. Frechheit. Da nix getan. Noch nichts. Ich hab mich jetzt umentschieden, wir machen jetzt noch was anderes. Denn ab heute nicht zu viel Zeit. Na ja, heute muss es wieder eine kommen. Bisschen kritisch. Ja, ich hab's gestern vergessen aufzunehmen. Und deswegen machen wir jetzt nochmal schnell uns nen Held, würde ich sagen. Haben wir noch. Perfekt haben wir. Weiß nicht warum, aber wir haben eine. So. Dann brauchen wir Seeds. Klux. Coco. Pumpkin. Netherboard. Beetroot. Normaler Seeds. Cabbage. Toml. Ich denke mal an das waren alle Seeds. Brauche ich noch Rice. So. Dann Soulcent. Habe ich Soulcent. Sieht nicht gut aus. Dann können wir keine Netherboard anpflanzen. Sonst sollte es passen. Dann bauen wir jetzt erstmal hier drüber unsere reine Fläche. So ein kleiner kleinen Minigarten. Ich weiß gar nicht mal wie weit geht denn Wasser. Ja, es geht so weit. Gut, dann passt das. Hier. Ein bisschen dieses ein. Theoretisch ist es egal, ob ich es jetzt so mache oder anders mache. War ein bisschen schöner machen. Ist ja auch was Schönes. So. Das war mein Weizenpferd. Wir müssen ja auch noch in seiner zwei mehr Grinden essen. Dann kommt hier nebenan ein kleineres Feld. Ich würde mal hier noch eine unendliche Wasserquelle aufbauen. Habe ich irgendwo Wasser in der Nähe? hier. Ich habe die letzte Folge in Zeitelder 2 von Minecraft Dragons. Und dahingehend gibt es nicht mehr viel zu machen. kommt das hier in die Ecke rein? Ich würde es nicht hier machen. dann kommt hier ich sage Flachs am Wissen zu wenig für glaube ich beim Sucht oder so von allem zu wenig gefüllt. Sprich packen wir hier Flachs so hin. den Rest machen wir Cabbage machen wir hier nochmal eine Erweiterung dass Cabbage zu Ende ist. So so und so und so und dann ich denke ich mache hier 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 noch ein kleines Feld was ein Doppelfeld ist denke ich mal auf jeden Fall hier vorne die Prozips kommen und so zu viel habe ich auch wieder nicht kann man hier Pumpkin Sheets machen so wie hier das sollte passen die Prozips müssen wir halt was extra machen und Reis bauen wir halt im Wasser an das gehört glaube ich das ist immer ein bisschen rumtesten warum mach ich jetzt hier so wenn es wegzulaufen sprich einfach so ist ein für der water so und wir haben unser mini feld so mal die kann ich mal klauen und die kann ich hier hinpacken und das sollte auch erstmal so passen ich würde das Wasser erstmal hier lassen ich würde jetzt noch eben ein bisschen Bambus enttäuschen jetzt noch ein bisschen Bambus so ich habe jetzt hier ein bisschen was mit und es ist dunkel toll jetzt müssen wir erstmal schlafen gehen ich habe mir jetzt was gemacht das wir tiefer machen ist jetzt hier so eine Art Radweg legen so kann ich erstmal überall über die Felder damit man auch überall hin kommt dann sollte das erstmal so passen dann damit man halt nicht hier rein fällt Bambus Trapdoors hier will ich vor allem den Reis einmal einen Bambus Zaun erzielen und darauf eine Bambus Tiki Torch hier mache ich auch noch Zwischenwand mal so ein bisschen abgrenzt und hier ebenfalls kommt hier noch mal so eine Abgrenzung weil es ja das Gebiet noch ein bisschen abgrenzt in dem ich mich befinde hier das hin das kommt hierhin das kommt hierhin so Theoretisch habe ich noch Bambus Post sprich wir können die Post die sind scheiße stimmt dabei was ähm ich vielleicht einen Baum da oben einfach dann habe ich bisschen Holz ich brauche eben eine Crafting Table und natürlich den schon abmachen weil das war wenn die kaputt gehen so kraft den Teil machen kann man sich auch bisschen hier integrieren ist man dankbar ich bin Crafting Table Zäune ich glaube ich noch mal extra mehr machen dass man wirklich ein bisschen was im Vorrat hat hier so was machen dass man das ein bisschen mit diesen Tiki Schorges erzielt dann machen machen so kommt hier nochmal hin und hier kommt hier nochmal ein bisschen stone hin so dann kommen hier noch bambo chests hin um die ressourcen dort einzufangen also sprich reinzupacken der wirtschaftung dann packe ich hier noch ein bisschen was hin ich habe mal so ein bisschen zauern aber der geht noch weg so so das verbindet sich noch und dann sich das auch so kommt hier noch so ein festiger Weg oder gefesteter Weg der denn hier noch irgendwo weiter geht dass man hier hoch geht und 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 Leute das würde ich sagen das war's mit der Folge haut rein und ciao Leute